hallo und herzlich willkommen alle lernende erreichen bedienungshilfen am ipad heute video 10 untertitel in der app klicks dies ist eine serie die zusammen mit laura george mache ich heiße alicia bankhofer und unterrichte in wien warum untertitel nutzen wir dürfen davon ausgehen dass nicht alle in einer klasse 100 prozent alles akustisch wahrnehmen können daher ist es bei lehrlern videos sehr hilfreich untertitel zu integrieren dies für die barrierefreiheit wie finden wir die app clips nur wenn wir sie am ipad installiert haben öffnen wir die app einfach linkes icon links von dem rosa knopf und wählen das format was uns am besten gefällt hier sehen wir live titel und hier haben wir die verschiedene möglichkeiten es gibt text oben text unten text in farbe text mit balken im background je nachdem was wir machen wollen jetzt habe ich ein beispiel text eingesagt ich finde das schmeckt ganz gut und das wurde sofort automatisch vom ipad von der app gehört und mit aufgenommen daher wenn ich es sage wird es auch dann als untertitel laufen ich kann im nachhinein wunderbar ist auch sogar editieren falls etwas falsch buchstäbiert wurde und so leicht geht es